Bist du behindert, Junge? Was machst du? Nein! Wieso? Ich will nicht! Und schleimig, dann willkommen zu einer... Oh mein Gott! Hier sehen Sie ein wildes Aaron in freier Wildbahn, das sehr wild ist. Ich habe mir geradezu zum inoffiziellen Ziel dieser Folge gemacht, auf diese Plattform da hochzukommen, weil viel mehr schaffe ich auf jeden Fall nicht in dieser Folge. Ähm, ja, also, wir probieren es einfach mal. What the fuck, was ist denn hier passiert? Was? Hier sind, hier sind tausend Spawner. Oh Gott, da oben sind tall men, die sehen nicht besonders nett aus. Das sind Villager Heads. Villager Heads? Was? Was passiert bei dir gerade, Junge? Oh mein Gott! Ich leg hier gerade mal ein paar Sachen... Slightly Damaged Anvil, komm, das... Ich komme jetzt das Wasser hoch. Guck mal unten, was da abgeht. Nein! 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 Oh mein Gott, das wird... Was ist da... Alter, was ist... Was ist das für Viecher, Junge? Ganz viele! Oh Gott, ich schlag dich nicht mehr. Oh, hier ist Kohle. Oh, ja. Sehr, sehr... Das ist... What the fuck? Folgendes, ich würde es als erstes einfach mal machen, dass wir hier ein bisschen besser hochräumen, irgendwie so ein Leiter oder so, weil das ist ja schrecklich hier. Ich will mal gerade ein bisschen TNT zünden, vielleicht hilft das ja. Okay. Okay. Kann ich die Lava weg... Ich glaube, Lava kann man sprengen, oder? Ich denke schon. Warte mal, dann spreng ich die gerade mal hier weg. Stimmt. Okay. Oh Gott, ich renne. Okay. Ach, du Scheiße. Ja, ich... Hat nicht so gut funktioniert jetzt? Wo geht's denn hier dann? Was? Dunkle Ecke hier. Was hast du hier gemacht? Ich spreng hier gerade mal nur weiter. Okay. Ähm. Alter Schwede. Explosion! Okay. Äh, da ist nix. Warte, ich hol mir noch ein bisschen mehr Erde, weil dann können wir hier vielleicht irgendwas bauen. Aus Erde. So. Oh ja, ein Dreckhäuschen. Das ist toll. Das Blöde ist, ich muss über den Hebel wieder abbauen, weil sonst habe ich nichts mehr zum Zünden. Oh Gott, Mann. Okay, noch mehr Erde. Yeah. Ach, du hast das Lucky Sword in den, äh, äh, Abtauschen. Nein, was ist... Bluren, ich habe eine Höhle freigesprengt und hier ist... Oh nein. Oh, oh, oh. Oh. Geh da nicht rein, Mann. Das ist, das ist lebensgefährlich. Du bist... Ich bin über dir. Wir müssen mal schauen, dass wir hier ein bisschen produktiv sind. Das geht so gar nicht weiter. Stimmt, stimmt, ja. Wir müssen, wir müssen produktiv sein. Also, folgendes, haben wir einen Ofen. So. Ja, oben. Wir brauchen eigentlich, äh, äh, Eisen. Wo kriegen wir am besten Eisen her? Eisen? Lucky Blocks? Nee, Lucky Blocks sind mir jetzt gerade ein bisschen zu riskant. Ich habe so viel wegen diesen scheiß Lucky Blocks verloren. Ey, Eisen würden wir bestimmt auch von dem Turm da bekommen. Ich bild mir ein, ich habe letzte Folge da hinten was gesehen. What the fuck, was ist das? Ein tall man. Ich weiß, äh, greif die nicht an. Ich habe das Gefühl, die sind nicht nett. Ich glaube, ich habe da hinten was gesehen, wo richtig viel Eisen ist. Wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht möglicherweise ist dort was. Vielleicht. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Ich bin schon ein bisschen weiter. Du, aber, ähm, ich weiß das so. Hier ist so der langsamere... Warum bin ich... Warum bin ich vergiftet? Ich bin vergiftet, Junge. Warum? Was? Wieso bin ich vergiftet? Oh mein Gott, ich bin auch... Hä? Warte mal, Fusliam. Der sieht doch nett aus. Warte mal. Hi. Ach, der tauscht... Ah! Da kann man diese... Da kann man diese Dollarnoten vertauschen bei denen. Mach mal rechtsklick auf die. Christelian, der hat einfach einen schwarzen Kopf. What the fuck? Nein. Nein. Ich habe einen Lucky Block aktiviert. Nein! Sterb, du Scheiß... Viech. Ja, ich sage ihn von hinten. Okay. Ich will nicht. Ich muss. Was? Und was? Äh, ich habe Dinge. Ich habe Sachen. Oh, Leck. Okay, okay. Es läuft wieder. Wir brauchen... Wir brauchen... Es leckt. Ah, Leck. Okay. Es läuft wieder. Leck. Äh, Leck. Es läuft wieder. Okay. Leck. Es läuft wieder. Leck. Leck. Ja. Leck. Boah, Alter. Was ist hier los, Mann? Hä? Ja, ne? Alter! Leck. What the fuck? Leck. Ich glaube, das liegt daran... Oh. Leck. Boah, Junge, Mann. Was zur Hölle? Warum leckt so? Leck. Oh, mein... Leck. Ich glaube, bei mir crasht Minecraft. Minecraft 1.7.10. Keine Rückmeldung. Ja, bei mir auch. Ja, ich möchte das Programm auch gar nicht wiederherstellen. Abbrechen. Ja, Leute. Das ist super. Boah, mach mal. Binde. Bluren. Äh, ich... Ich habe eine gute und... Einige schlechte Nachrichten. Welche wirst du zuerst hören? Die schlechte zuerst. Die schlechten. Ich habe alle meine Sachen verloren irgendwo dorthin. Inklusive das ganze Lucky Sword. Die ganzen Diamanten und alles. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Die gute Nachricht ist, ich habe Eisen gefunden. Wiederum eine schlechte ist, ich habe keine Spitzsack, um sie abzubauen. Ich kann mir eine Diamantspitzsacke bauen wieder. Die habe ich vorhin verloren und habe sie jetzt wieder. Super. Bluren, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Alter, hier sind zig Ender-Chests, weißt du das? Ja. Nein. Ich habe dem Typen eine Spitzsacke gegeben. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, da ist eine Sonne. Ich habe einfach Rechtsklick auf den Typ gemacht und das ist aber meine Spitzsacke in der Hand. Und ich kann sie nicht mehr wieder... Ich habe eine Goldapfel. Oh ja, der könnte mich retten vielleicht, möglicherweise. Äh, was siehst du gerade im Moment? Ich sehe den Beacon von unserem Zuhause. Oh Gott, fress dir mehr Goldäpfel rein, du Vollspast. Ich komme, Bluren. Bluren? Weißt du ein Potion-Stick? Der will mich bestimmt vergissen. Sharp Crafting? Hä? Das wollte ich nicht. Bluren, wir haben fast zwei Stacks Eisen. Ach, ich sehe dich, glaub. Ich sehe dich, glaub. Oder? Okay. Ja, du bist es. Hallo, hier bin ich, wo auch immer du bist. Vollre. Ja, ich habe noch... Alter, Junge. Ich habe richtig viel Eisen, Alter. Ich will nicht, dass es wieder verloren geht. Vollre, an deiner Stelle würde ich jetzt den Talman angreifen. Ohne Equipment? Ockli-Dockli. Ist mir egal. Ockli-Dockli. Wo ist der? Hinter dir. Ach, crafte mir noch schneller ein Schwert. Ach, das... Ich habe leider nur Diamanten. Okay. Nein, verdammt, ich bin irgendwo reingefallen. Nein. Nein. Ich bin... Ach, verdammtisch. Bluren, ich habe ein Problem. Ich bin irgendwo, aber nicht beim Talman. Ich bin vom ganzen Berg runtergefallen. Ich bin unten jetzt. Ganz unten. Genauso wie in der Gesellschaft. Ah, hier ist noch ein Talman. Darf ich auch den angreifen? Äh... Ja, aber ich will es gar nicht sehen. Oh, das lucht mich nicht. Ach, da, ja. Ich sehe es. Oh. Hat der irgendwas gedroppt? Nö. Alter, hier ist eine Witch. Willst du mich verarschen? Hier ist eine Witch. Ja, ich sehe es. Wie kommt die hierher? Oha, wie schnell tot. Ja, ich habe ein Dier-Schwert, Mann. All Junge. Ich lege mal hier gerade noch ein paar Sachen rein. Gunpowder. Only Hope. Bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Guck mal, was ich habe. Guck mal. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, platzier mal hier. Bist du behindert, Junge? Was machst du? Nein. Wieso? Ich will nicht. Die Kiste ist doch da, ja. Ich habe nämlich eine Idee. Wir könnten uns darüber zu diesen Häusern dort bauen, zu diesen Hochhäusern, weil die sehen doch schon eher nach einem angebrachten Haus für uns aus, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt doch mal. Weil an deiner Stelle würde ich jetzt alle meine Äntchen strengen. Okay, das ist doch gar ein Ding. Das mache ich doch gerne. Okli, okli. Alle meine Äntchen schwimmen auf dem See. Die Remix was dann, ne? Köpfchen unters Wasser. Schwänzchen in die Höhe. Ich weiß. Wenn ich du wäre, dann würde ich mich jetzt hier nicht runterschlagen, weil sonst hätte ich ein Problem. Jetzt haben wir alle unsere Sachen verloren. Dockli, dockli. Das ist wahrscheinlich kaum der mit TNT und sprenglich. Da ist ein Kampfturm-Golem. Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Der sieht man nicht, wenn man weiter weg ist. Warte mal, ich glaube, solange ich den Turm nicht betrete, kann der mir nichts anhaben. Zwölf Sekunden später. Oh ja, ich hätte was explodieren. Ich baue uns hier gerade eine Treppe. Was ist das? Okay. Hier geht es aber zehn Stock weg nach unten. Das ist geil. Ja, ich laufe die Treppe gerade hoch. Dieser Golem, ne? Den müssen wir irgendwie wegballern. Ein Dollar habe ich. Oh, okay. Daylight Sensor. Oh, das ist ja... What? Oh. Du hast die Sandsteintreppen gecheatet. Bluan, warte. Ich baue dir einen Abgang. Ich baue dir einen Abgang, weil wenn du jetzt hier einfach runterspringst, dann bist du tot. Drücke nicht Steuerung, wenn du was aus dem Inventar schmeißt. Nee, nee, mach das nicht. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht wunderschön aus. Ich bitte dich um meine architektonische Künste, ja. Ich höre irgendwie Spinnen. Also meine Priorität eins ist jetzt erstmal, das ist mir scheißegal, ob du jetzt spinn hörst oder nicht. Ich habe keinen Bock auf deine Halustisation jetzt wieder. Ich will jetzt erstmal nur meine Sachen retten. Okay. Du an. Ähm. Ich sage dir dann Bescheid, ne? Der kann bestimmt springen, ey. What the fuck? Okay. Alter, ist das riskant, Junge. Oh, fuck. Ich sage es dir dann. Scheiße. Achso, du könntest ja theoretisch auf. Ich will auf den Tower und will mir erstmal die Sachen holen. Mal schauen, was wir dort finden, Junge. Das wäre ja geil. Mal schauen, ob der Golem überhaupt das checkt. Ich glaube nicht. Der ist, glaube ich, zu dumm dafür. Ja, der ist wirklich zu dumm. Was? Voll hintergangen, Alter. Was ist da denn für ein Scheiß drin, Alter? Zwei Diamanten. Rest war einfach nur Bullshit. Wir sperren den Typ jetzt aber darauf ein. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Wir sperren jetzt aber da ein. Da kann er da bleiben. Kann er vergammeln, meinetwegen. Das ist mir scheißegal. Ich schlag dich rüber und dann kannst du dich runterboxen. Okay? Ah! Da! Schnell, box! Ich falle! Nein! Verdammte Scheiße, Alter! Ich will mal unbedingt dort hinten zu den Lollis gehen. Die sehen so geil aus. Ja, weiß ich auch. Nein! Voll recht. Ich weiß nicht, glaube ich, wie ich jetzt gerade gleich komme. Ich bin gespannt. TNT hier. Okay. Nein! Der Golem. Er hat mich entdeckt. Er sprengt unser Haus. Vielleicht komme ich aus seiner Range raus. Nein! Es dauert, es dauert noch ganz kurz. Lohan. Was machst du, Junge? Was machst du? Was denn? Ich sehe dich da gerade einfach mit so einem komischen Golem da die Treppe hochlaufen. Oh, Mann. Ich greife den Kampfgiganten da an. Lohan, er ist runtergefallen. Was? Er ist unten. Der Golem ist unten. Du bist komplett umsonst hier hochgelaufen. Ich komme. Der sprengt da unten gerade alles weg. Nein! Ja klar, ich sterbe, ne? Der hat den Block unter meinen Füßen einfach weggespie... Oh, Junge, Mann. Wir haben unsere Sachen wenigstens gerettet. Okay, Leute. Damit würde ich mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Um Gottes Willen. Ja, die nächste Folge, die kommt natürlich dann auch wieder. Ja, und es war am Samstag. Genau, genau. Okay, ich wollte mal sagen, abonniert auf jeden Fall, weil die Bluenfalls ihr ihn nicht kennt. Aber wenn ihr den nicht kennt, dann habt ihr auch definitiv auf meinem Kanal was falsch gemacht, denn da ist wirklich viel Videos dabei. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bleibt schleimig. Ich gehe jetzt erstmal wieder zu meinem Psychiater und tschüss. Vielen Dank. Nein, nicht Mod-Option. Test 2, Test 1. Aufnahme beenden.